Willkommen zu einer Runde Bad Wars of Nerox Ways Ich hoffe mal, dass die Runde quick wird. Ich habe nicht so super viel Zeit, aber ich wollte eine nice Runde raushauen. Wie ich jedes Mal sage, ich habe so viele geile Aufnahmen, die ich schneiden muss. Und ich habe keine Zeit, um so viele geile Aufnahmen zu schneiden. Nice. Das ist eigentlich komplett sinnlos, dass ich das jedes Mal anmerke, aber immer noch was Neues aufnehme. Das mache ich tatsächlich einfach gerade, weil ich nicht die Zeit habe. Das finde ich dreist. Geil, Mann! Was war das für ein Hit? So, nächste Runde. Vielleicht wird es dieses Mal besser. Vielleicht auch nicht. Wir werden es sehen. Der Typ will direkt Stress. Aber was er nicht will, ist fliegen. Der Punkt ist der, ich könnte mir sogar vorstellen, dass dieser Typ, so awkward wie der gerade dran war, dass er nicht mal im Lagen ist. Sondern, dass er einfach nur einen Antinock drin hat. Ach komm, das ist doch low. Der Typ wartet an meinem Bett, bis ich den Typen habe und dann geht, dann holt er sich mein Bett, oder wie? Ne, also das mache ich nicht mit mir und das würde ich auch dein Bett kosten, Ende. Hoffe ich zumindest mal, dass es so geht, wie ich es gerade plane. Ja, sieht ganz nett aus. Bye, have a great time. Und er lief, das ist halt so das Traurigste, ne? Der Typ, der Typ two on one mich. Und dann ist er der, der lief, oder? Ich glaube es auch. Also, wenn jemand liefen darf, dann bin ich es. Schon dahin, weil ich alles darf. Ich muss zugeben, das Texture Pack ist an sich doch schon ziemlich geil. Bye, have a great time. Ich kann euch nicht sagen, was gerade los ist. Bei einer normalen BW-Runde wäre ich schon zehnmal verreckt. Also, irgendwie spiele ich gerade ziemlich gut, muss ich zugeben. Weil er geht instant auf den Stick. Aber, ganz kurz, wenn ich die Runde mache, und vor allen Dingen so schnell, die Runde geht drei oder vier Minuten bisher. Rot ist der letzte und Rot sieht mir sogar einen Ticken lost aus, offengestanden. By the way, okay, der sieht mir doch nicht ganz so lost aus. Und, nee, fuck. Zwei Minuten 50, ich habe drei Kills und drei Betten. Kann ich mitleben. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like, Kommi, Abo, etc. Schaut gerne auf meinem Twitch vorbei. Bis dahin, ciao.